Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 3 Multiplayer-Modus und zwar Kasmische Grenze Eroberung mit 64 Mann. Wir sind zu dritt, der Dennis ist da. Ja, Hallöchen. Und der Christian. Aye, aye, Commander. Ich bin dafür direkt im Buggy, wo ist mein Team? Hinter dir. Äh, connected noch. Achso. Hast du mich da vorne geschoben? Nein, der andere, der hier gespawnt ist. Direkt im Buggy, ich siehste? Und go! Weißt du da drin? Nein, nein, Christian hat nicht geschissen gekriegt. Nicht geschissen gekriegt, da rein zu geiern. Moment, ich bin... Aber das wollte ich damit sagen. Oh, ich bin Chef. Ich sag E. Jetzt sind wir uns. Oh, leu. Ich war schon falsch. Oh, oh, oh. Fahr dir hin. E. E. Ach, du Scheiße. Habt ihr eigentlich im Grunde noch voreingeheiztet? Ja, ich hätte Angst. Ich dachte, ihr wärmer wird. Das ist mir nicht so ganz. Läufiges Bündchen jetzt. Weiter geht's. Okay, wenn man durch Wasser fährt, streckt man... Weiß ich, was da gerade in der Stand? Ey, wir holen Christian ab. Christian? Schau mal kurz aus. Nein, tut ihr nicht? Ja, aber doch kein Scheiß. Ich hab grad links auf den Skurt gekriegt. Der ist ja schon dabei. Ja, wir haben die hier schon. Was ist da, Peter? Alles klar, dann würde ich mal... Oh Gott! Nice! Okay, wir steigen raus. Warum? Wir haben die hier schon. Ich steige rein. Moment, warte auf mich. Fah in den Wald, fah in den Wald. Warte auf mich. Ja, ich fahr zur Antenne, fahr zur Antenne. Was ist da los? Alles klar, gib Gott. Ich muss nur warten hier auf deinen Bock. Nein, ich warte noch nicht so lange. Ey, da ist ein Gegner, Schabacki. Lass ihn verfolgen. Oh. Der ist fährt gerade zu E. Loll, der fährt uns hinterher. Loll? Nein, der fährt zu E. Au, 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 au. Ja, der war... Der ist fast kaputt von denen. Hier war doch... Hier war doch auch gerade einer. Ich bin ja nicht doof. Da! Nein, da sind zwei Leute. Ja, nice, Dennis. Da sind noch mehr, glaube ich. Da lief noch einer rum. Aber ich muss hier wieder bin, ey. So, jetzt haben wir hier safe verteidigt, Leute. Moment. Nein, da ist doch einer. Was ist denn da? Auf der anderen Seite. Bei den Häusern. Du bist drauf. Alter, ich treff den nicht. Da jetzt. Da oben liegt ein Sniper. Auf der linken Seite. Oh Gott, oh Gott. Da steht ein Panzer. Ein Panzer? Der Konternator. Ja, MP. Mein Schatz. Und... Zwei Schuss. Kampfunfähig. Und... Jawohl. Down. Also, den hier nimmt auch mal 96%. 100. Ist der Sniper da oben noch drauf? Den habe ich mit dem... Alles klar, weiter geht's. Dann gehen wir. Ich bin zu Gott, Lila. Ich muss mal kurz aussteigen. Wir gehen zu... Nein, mehr zu hier geht ich nicht. Kann man kurz erzählen, warum sich gerade die Antenne hier... Die Fahne senkt. Das sind Gegner. Da sind Gegner drauf. Nein, das ist schon tot. Da ist noch einer. Auch tot. Da ist recht noch einer. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Die werden beschossen. Schnell weg hier. Da steht ein Tanzer. Ein Tanzer, mein Gott. Da steht ein Tanzer, Junge. Tanz uns. Und jetzt sind wir alle drin. Oh Gott, da vorne ist ein Gegner. Nein, nicht dahin. Da. Au. Moment, ich muss mal kurz reparieren, die Scheiße. Das ist mal eine gute Sache, dass das jetzt der Fahrer machen ist. Er ist in Leckzeit gerade wieder. Weiß doch gay. So, weiter geht's. Go, go. Du bist gay. Ich kann reparieren, während wir fahren. Fällt mir gerade auf. Nice. Fällt mir gerade auf. Ja. Erst mal, wir gehen zu B. Geradeaus, hast du gesagt. Jetzt bitte nicht das Endwort sagen. Nein. Boah. 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 Da bin ich ein bisschen erschrocken. Na, da auch. Da war wohl so eine Mine, oder? Ich glaube, wir da hätten sie sehen müssen. Ja, genau. Das hast du dir ja nicht gesehen. Er ist schon recht lange überlebt jetzt hier gerade. Okay, wir starten mal. Ruheinsatz, um zu gucken, was er abgeht. Du bist der Chef. Ich schon dir einfach. Okay, Ruheinsatz. Hier ist ein Buggy. Hast du hier noch was? Buggy, Buggy Time. Ich fahr wieder. Okay. Bisschen zu spät, Dennis. So, woher ich gehen, weil der? ZB. Schneller, schneller. B. Alles klar. Peter, drück mal Shift. Genau, später drüber. Darf man das überhaupt noch sagen? Ja, oder? Ja. Alles. Und jetzt einfach wieder über die Minen drüber. Das sind keine Minen. Alles safe. Da liegen zwei. Ich habe es jetzt zweimal an der gleichen Stelle gestoppt. Jetzt bin ich gar nicht verarscht. Wieso sagt er denn nicht, dass da Minen sind? Chris hat gesagt, da liegen zwei. Ja, das war doch dann viel zu spät. Okay, Russeneinsatz. Dann mach mal von vorne. Was hat Russeneinsatz? Ja, der russische Einstiegspunkt halt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich will meinen eigenen Buggy haben. Geh weg. Da fehlt aber einer. Das ist Brosa-Tor. Der kommt mit einem Auto. Schnell weg. Das war jetzt aber zu weh. Moment, lass es zu eh gehen. Da liegt weh. Genau, da liegen keine Minen. Scheiße, ich habe es im Auge. Oh mein Gott, ich kann nicht richtig fahren. Oh mein Gott. Scheiße, ich habe es im Auge. Ja, und so endet die Fahrt. Soll er bei Jugendlichen mal wieder an einem Block. Oh, da tränt jetzt voll. Das ist ja unangenehm. Voll schnell auf den Flug mit einnehmen. Oh Gott. Na, ist schon weitergegangen. Das ist klar. Das ist safe. Ah. Ab nach A oder was? Na, ist eigentlich voll schwachsichtig. Da liegen keine Minen auf der Brücke. Einfach weiter. Damit B wäre eigentlich sinnvoller. Was? Bam, ich habe einen mitgenommen. Hallo? Wieso kann man denn... Ich bin mir ganz umgeflogen. What the fuck? Oh, null Problem. Was ist ein Allrad angetriebenes Fahrzeug dennis? Das kann auch so aus der Stelle. Jetzt haben wir das hier. Wollt ihr mich verarschen? Na, nehmen wir halt zu dir. Da schießt einer auf uns. Hallo? Achso. Scheint keins zu interessieren. Die Fahne sinkt hier hoch. Reicht es überhaupt, wo wir hinwollen? Ich habe immer noch was im Auge. Das tut voll weh. Fahr wieder zurück. Der war für uns. Oh mein Gott, der 11. Ich bin schon aus der Saison. Alter, der war gerade immer noch 100% live. Oh mein Gott. Hallo, wir werden gerade kaputt geschossen. Sind wo denn? Warum bin ich denn alleine in dem Jeep noch? Mit nur einem Auge ist voll schwierig. Peter? Was? Peter, der war gerade noch 100%... Warum bin ich denn alleine noch in dem Jeep hier unten, bitte? Weil ich oben doch schon bei der Fahne ausgestiegen bin. Dann habe ich doch gesagt... Ja, warum sagst du das denn nicht? Ja, habe ich wohl gesagt. Ich muss mich mal eben um mein Auge kümmern. Schau dich kurz noch nicht rein. Was machen wir denn hier jetzt? Direkt am Jeep steht einer. Alter, lass mich einfach mal hier kurz verarzten. Direkt am Jeep steht einer. Der kommt jetzt hochgelaufen. Jetzt ist er tot. Boah. Das war nötig. Jetzt habe ich wieder zwei Augen. Jetzt war er wieder... Der Jeep lebt noch. Wir gehen da wieder rein, ja? Ja, ist klar. Jetzt gehen wir wieder da rein. Achso. Wo bist du? Komm Christian, go, go. Wo gehen wir denn hin? Du bist der Chef. Zu B. Genau, B ist an der. Immer B. Wo ist mein Handball? Wenn sie mir jetzt sagen, holt sie ja B. Da ist ein Gegner. Boah. Den habe ich mitgenommen. Da ist ein Tank. Ich bin ausgestiegen. Ja, die Kammer auch kaputt. Hammer. Ich habe Kampfunfähig gemacht. Fick dich Hammer. Leid, ich werde beschossen. Leid, da ist ein Gegner auf unserem... Unser Auto ist ein Gegner. Leid, ich werde beschossen. Nein, ich habe ich glaube, wieder meckert. Ich werde mein Auto wieder. Ich werde mein Auto wieder. Okay, wir haben das Auto jetzt wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde mich wieder tot. Ich bin jetzt nicht wieder da lang. Ich bin rausgeschossen worden. Ja, der hat mich rausgeschossen. Was hat denn hier für Loops, ey? Was ist denn hier für Käpt'n? Hallo. Guckt erst mal da, der auf 1800. Wir folgen Peter bis in den Tod. Ey, Flanke, ey. Flanke. Ey! Tja, Chef. Tut mir furchtbar leid. Jetzt bin ich hier am Russen-Ding gestartet. Was ist denn? Flanke ist immer da. What the hell? Geh mir denn hin? Immer wenn du ihn brauchst, ist Flanke. D sagst du zu? D. Oh, steht der Panzer nur hier dumm rum. Ja, der schießt aus der Ferne. Ja, genau. Und was denn da? Ist doch nix. What the fuck? Ich bin tot. Ich bin gegen die Latte geflossen. Dennis kommt zu. Oh, oh. Ich steck schon aus. Ja, ich steck schon aus. Oh, oh. Das ist ein Problem. Ja, hier ist ein Gegner. Und ein Tank. Ich glaub, hier will ich nichts zählen. Da ist ein Typ. Da hinten. Hinter dem Gebäude, wo die Flagge ist. Wo würde ich denn mal nicht beschossen? Von hinten. Ne, von der Seite. Nice. Da ist Dennis. Oh, scheiß. Dennis, von wo kommen denn hier die Panzerschüsse? Da hinten. Dennis. Naja. Ich bin tot. Lol. Jetzt hat doch wieder ein Leck. Ich hatte auch ein Leck. Ich auch. Das will ich nicht wissen. Ich muss mehr Fuss haben. Alter, ich sehe nur nen Fuß. Fuck er. Alles klar, wieder drin. Okay, diesmal überlebe ich auch länger als 10 Sekunden. Das sind ja keine Buggy's, oder was? Ja, die haben wir alle weggefahren. Das ist ein Scheiß. Ich hab keine Lust zu laufen. Da fährt ein Buggy. Lass ihn abschießen. Alter, ist das ein Penner. Fährt einfach weg. Ja, das ist mir im Battlefield. Da hättest du noch ein Buggy. Die Leute setzen sich einfach in so ein Auto rein. Heizen alle weg. Egal, was passiert. Ich bin jetzt bei A. Ja, wir brauchen ein bisschen. Da ist ein Panzer, Peter. Panzer, Panzer, Panzer. Willst du fahren? Ne. Ich will da Sachen abschießen. Wo fahr'n wir hin? Äh, A. Das war Antenne? Ne, das ist Quatsch. Antenne, die hole ich gerade mal. Ich hab nur entschieden. Habe ich gerade nen Jet gesehen? Hallo, warum rutscht der denn gerade so? Ich drück' ja nur nach vorne. Da ist ein Jet. Vielleicht ist man auch noch. Leck, leck. Da ist ein Typ vor uns. Wat? Jetzt seh' ich den nicht. Jetzt ist der voraus. Ich mach mich tot. Da, was ist denn jetzt? Ich hab' markiert. Der steht direkt vor uns. Wat? Aber rechts vor uns ist auch noch einer. Alter, ich seh' doch nix hier. Wo sind wir? Wieso müssen wir hier rumschreien? Der ist direkt vor uns. Ach, was. Was sagt der doch? Ey, bleib mal kurz stehen. Ich muss reparieren. Alles klar. Juhu. Ich hab' nicht gesehen, von wo. Ich bin weggesnapert worden. Von wo das denn? Ich stand in dem Tank. Da läuft einer tatsächlich da über unseren... ...über unsere Felder da. Das ist nicht so'n Wichser. Da, off'n... ...off'n Motovolov. Oh Gott. Tank. Operieren. Nicht wegfahren jetzt. Bitte nicht wegfahren. Aber der Typ ist noch da hinter dir. Wuhuuu. Warte mal kaputt hier, während ich dich schlippere hier. Der ist hinter den Steinen. Da treffe ich's ja nicht. Okay. Fahr einfach weiter. Loin. Er ist der Nächste. Achtet. Und da ist noch einer. Der ist Panzer. Ah, fahr doch nicht weg. Ey, jetzt werde ich von hinten schossen. Bist zur Seite. Oh Gott, ich werde von überall geschossen. Boah, ich halte dich hier am Leben wie einen Bescheuerten. Jetzt bin ich tot. Alter, der nen Tanker sieht nicht mehr viel aus. Äh, den hab ich kampfunfähig gemacht. Dann hatte ich nen Leck. Und dann ist der nach vorne ge... ...geteleportet. Dann hab ich daneben geschossen. Okay, wo spawnen wir? Fahrzeug zerstört. Aber wenigstens hab ich nen Tank noch kaputt gemacht. Was soll man spawnen? Äh, Bergspitze. Das ist klar. Ah, okay, hat sich eh erledigt. Cool, ich hab gerade den letzten Kill gemacht. Was war denn der vorletzten? Ja, haben wir jetzt hier leider nicht mehr in der Killcamp. Kann ja jeder sagen. Tja, Dennis. Was denn? Mach's wohl nicht, äh, besser. Äh, ich bin zweimal halt mit dem Flugzeug. Ich hatte mit der Hand. Quasi. Bin damit abgehoben. Und dann bin ich voll gegen die Antenne geknallt. Hahaha. Und beim zweiten Mal bin ich in den Panzer reingeflogen. Hab dafür sogar jetzt irgendwie 60 Punkte gekriegt beim Flugen. Beim Flugen. Wie sieht der da aus, Junge? Beim Flugen Zeug. Ja, Bildungsauftrag erfüllt. Okay, das war alles, was man freigeschaltet hat. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.